Liebe Fans, ich möchte mich stellvertretend für meine ganzen Mitspielerinnen, als auch des gesamten Betreuer-Teams für eure tolle Unterstützung und euren Support bedanken. Ihr seid im Stadion immer top, vor dem Fernseher drückt uns die Daumen und somit haben wir auch tolle Erfolge feiern können im Länderspieljahr 2019. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und haben eine tolle Ausgangsposition für das neue Länderspieljahr geschaffen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Akkus aufladen und ihr wahrscheinlich auch, damit ihr im nächsten Jahr wieder voll anfeiern und schreien könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine besinnliche Weihnachtszeit, ein schönes Adventsfest mit euren Liebsten und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Jahr 2020 wiedersehen, im Stadion, vor den Fernsehern, wie auch immer. Und in diesem Sinne bis bald, eine schöne Weihnachtszeit, frohe Weihnachten, eure Vicky.